Zurück hier, bei Starfox. Heute wollen wir eine ganz besondere Route fliegen. Und zwar die dritte von den drei Routen. Die anderen zwei sind bereits durchflogen. Und ja, die dritte Route ist sehr schwierig, also da habe ich auch noch meine Probleme damit. Da werde ich nie 100% schaffen, also das schaffe ich diesmal leider nicht. Aber das macht er nichts. Dann legen wir los. Ja, richtig. Ah, so war das genau. So, nach unten. Nein, nein. Ja, genau. Okay. Diesmal hat der Himmel rot. Nicht blau. Doppelschuss, ich komme. Ja, genau. Auf, 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 auf. WGUN, WGUN. Da kann ich nicht hin, weil... nicht so ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020